Grüß euch! Habt ihr schon mal Menschen kennengelernt, die einer Tätigkeit mit einer irren Leidenschaft nachgehen? Ich habe solche begeisterten Menschen getroffen und habe mir gedacht, ich stelle es euch vor in meiner neuen Doku-Reihe www. www.stellt für die drei wichtigsten Fragen. Wer, wo und was. Wer, wer sind diese begeisternden und leidenschaftlichen Leute? Wo, wo üben sie ihre Tätigkeit aus? Und was, was machen sie? Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen der neuen Doku-Reihe www. Wer, wo und was. Ciao, pfiat euch, papa! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020